und damit herzlich willkommen zurück ja das war der was was so das war die aktion ehre erweisen und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen part let's play wie er das grotz online taso eisenherz part 41 so habe ich jetzt erst meine letzte partie nicht aufnehmen werde leider auch noch ein bisschen ahorn so denn ich muss ja auch noch hochladen und alles also freigeben für euch aber mann ihr wisst ihr wollt gar nicht wissen wie viel ich eigentlich mein voraus aufnehmen das ist wirklich mal sehr sehr viel gut ich werde es aber noch mal mein quest nachgucken quests nachgucken nee erreicht die goblin mine wo ist die denn ist es nicht dasselbe also es ist doch dasselbe okay machen wir das nochmal das ist jetzt erstmal unsere letzte quest in der nähe und danach erkunden wir die insel noch ein bisschen wo wir noch nicht waren oder sonne quest das ist okay denn dann werden wir ungefähr ja da mal rüber gehen gucken was hier so gibt vielleicht kommt man da da hin dann da unten waren wir noch nicht und ansonsten ja hier oben halt da gehen wir jetzt hin und hier also es sind so die drei punkte wo ich schon gerne noch mal hin will aber das einfach noch nicht gesehen haben vielleicht gibt es ja sogar eine eine himmelsscherben haben wir auch schon alle okay gut vergisst das himmelsscherben haben wir schon jedenfalls hier ins trossen kai was ist denn das da ein durchzock was bist du denn ach das sind die viecher blablabla ich weiß ich hätte blocken können aber ich hatte keine lust dazu haben 13 mal mittlere rüstung das ist ja schön dass auch ahorn sich vom weiten hundsfresser ausweiter ach scheiße ach ich hab doch geblockt aber egal macht mir kein schaden na noch einer hier der mir hardcore mir sich auf den piss gehen will ich glaube nicht doch du wahrscheinlich ne jo du willst mir auf den piss gehen ach schlückchen der magiker kann ich wieder verkaufen ich mag den skill wirklich mit dem an stürmen den finde ich sehr cool wie man vielleicht auch merkt ha ausgewichen gold gold ist gut gold ist immer gut okay dann gehen wir mal hier rein ach den der könig demok den soll ich töten okay ach kacke ich war ein bisschen ausdauer nicht gut egal ich mache jetzt einfach so platt zerdellte krone eine zerdellte krone ein großteil des drecks ließ sich abwischen cool ich hab's geschafft schweinefleisch und das alles brauche ich jetzt nicht unbedingt gibt es hier sonst echt gar nichts doch tränkschlauch tränkschlauch ist wichtig ist das auch ein tränkschlauch oder ne oh ne urne war da okay also die quest die haben wir so gesehen fertig nur jetzt müssen wir nochmal da nach oben ach komm du kannst mich doch gar nicht getroffen haben gibt es hier vielleicht irgendwas das sieht so aus als wenn der da ist die truhe ich hab's gesehen lol was ist denn jetzt los was war das denn gerade bitte war das ein lag war das ein lag war das ein lag ich hab's gesehen okay geschafft gold jawohl leichte rüstung aber wir können es auf jeden fall ich glaube wir können das analysieren auch wenn uns das glaube ich nichts bringt oder wir verkaufen es einfach denn das gibt uns ja dann ein wenig geld und geld ist wichtig für uns mit dem blauen glöckling will ich schon ganz gern haben gut dann gehen wir hier in die goblin mine ich würde schon sagen gold mine aber nein das ist eine goblin mine sie bewahren alles im oberen bereich auf die obene die obere ebene was ist denn hier hier ist nichts okay hätte sein können dass man da irgendwie graben kann oder so die karte aus ja okay dann gehen wir erstmal hier so lang ein bisschen gold für mich das fand ich gut gold ist doch immer was schönes in skyrim schon keine ahnung wie viel gold ich da hab hier freut man sich über jedes kleine gold was man bekommt oh da ist ein bienen händer den können wir mitnehmen zum äh oh ich wusste gar nicht dass ich hier in einem chat drin bin eigentlich war hier kein anderer bis jetzt ansonsten hättet ihr mich gehört und ihr hättet sie gehört das wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen aber ha ja kannst du mal sehen reflexe für äh von ich bin grad total verwirrt tut mir leid weiß grad gar nicht was ich so sagen soll da ist ja noch einer naja gucken wir an ey wie er schon gewartet hat bis ich komme aber von hinten hat er keine augen also erwarten konnte der mich jetzt nicht könnt ihr mir noch ein bisschen mehr gold geben ich finde ich würde es gut finden wenn jeder ah geht doch wenn jeder gegner so ein bisschen gold wenigstens hätte und nicht nur okay naja eigentlich kann man ja die gegner abfarmen so gesehen also drive also von daher naja gut ich mach das nicht ey ich werde schon wieder angerufen ey es ist jetzt zum kotzen was ist denn jetzt so los ey ich werde zu oft angerufen aber jetzt ist mir das egal jetzt ist mir das wirklich egal ich mach sowieso gleich einen cut wieder ach die muss man unterbrechen die zauber stimmt ja zauber unterbricht man so sollte ich jetzt schon einen cut machen wo kommt der denn jetzt her äh hier ein cut zu machen ist ein bisschen ungünstig aber ich mach einfach mal einen cut bis sofort neu man sieht mich nicht so wenn es jetzt nochmal klingen soll also wenn es jetzt nochmal vibrieren sollte dann raste ich echt aus ey das geht mir so auf die nerven gut nicht schlapp machen da ist eine essenz rune okay die haben wir eigentlich schon sehr sehr oft essenz runen schon 2 und mit seinem inventar und das allein nur in makko also mit makko äh wie soll ich denn jetzt wieder hier raus das ist draußen im kai sprecht mit jakan was ist denn da ach da oben okay warte mal wo bin ich denn jetzt hoffentlich zählt ihr nicht ah ach guck mal da war hier schon alles erledigt dann müssen wir nur noch da dann hin um zu erkunden oh so einfach mal den weg freisperren mal gucken wie lang die folge heute wird aber ihr kriegt ja sowieso immer zwei äh 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 jetzt jeden tag eine folge also von da ist das ja eigentlich ganz in ordnung ich glaube aber heute ist die folge nicht ganz so lang wie sonst immer mal schauen also ziehen wir machen ja mal so ein rundum schlag oh essenz rune habe ich doch richtig gelesen ja oku brauchen wir jetzt nicht unbedingt aber wenn wir es haben ist ja auch nicht schlimm oh gleich haben wir es geschafft gleich haben wir ja und schiss die quest erledigt ich glaube wir sollten mal unsere rüstung wieder ein bisschen ähm reparieren glaube ich mal gucken jetzt kommt der teil bei dem ich euch vertraue ähm wovon sprecht ihr ich werde die goblins auf dem gerüst dort im nächsten raum töten ihr schnappt euch den rubin er ist in einer kiste auf dem boden auf der gegenüberliegenden seite ist ein durchgang folgt ihm und trefft mich draußen wenn etwas schief läuft treffen wir uns im gasthaus in der stadt wieder ok dann gehts los puh na da bin ich jetzt mal gespannt sollte ich dahin schleichen dieser gewaltige rote edelstein leuchtet von innen raus ok ist zwar auch ein kleiner mini boss aber so schwer ist jetzt nicht da da ja nur so ein damit ihn ganz gut blocken kann meinte ich okay die machen wir jetzt einfach mal nicht auch okay dich machen wir gut interessante fiecher okay das war jetzt nicht wirklich schwer findet den anderen minenausgang haben wir erledigt findet ja kann okay gut ist hier noch irgendwas damit ich nicht irgendwie wieder hin muss kann es sein dass hier nur so eine kleine schatzkiste versteckt ist oder so acht guck nee jedoch nicht ich dachte hier kann man irgendwie hochkommen aber das geht wohl doch nicht so ja kann ich muss euch etwas fragen was habt ihr da in der mine gemacht und habt ihr da drin vielleicht einen dreckigen bretonen gesehen wie lautet sein name ja kann er ist ein lügner und ein dieb er hat oberhaupt bosek einen rubin gestohlen nun wenn der rubin wieder auftauchen würde lässt bosek ihn vielleicht leben könnt ihr mir helfen oder nicht tut mir leid ich habe ihn nicht gesehen werde ich machen denn bosek ist ja sowieso ein kleiner arsch und ich finde man sollte ihm bestehen nun das ist zu schade falls er ihm mal wieder begegnet dann sagt ihm dass er tot ist wenn wir ihn noch mal zu fassen bekommen okay mache ich gerne aber wirklich ich will nicht verraten denn wenn er bosek beklaut hat dann ist das ein freund von mir denn ich hasse bosek ich habe den zwar noch nie gesehen aber er ist halt ein arsch wenn alle leute hier in den in dieser stadt ins tross im kai ihn wirklich so sehr verabscheuen dann warum sollte ich dann bosek helfen er kann zwar ein lügner und ein dieb sein aber solange er mich nicht bestehlt ist alles okay oh drachendorn 100 pro ruft irgendwann bald einer wieder an 100 pro oder ist noch eine neue quest sprecht mit guggnir ach toll neue quest super ich mag es ja aber so langsam aber ist krass wie lange wir allein schon auf dieser insel sind das ist der wahnsinn aber erstmal gebe ich die quest ab bevor ich die mache mit meisten händlerin was kann ich da kann ich auch weg kommen weg mit dem scheiße das kann ich dann vorher dingsen ja okay gut irien wieso damit ihr wenn ihr diesen misst kerr jakan sucht er ist mit einem rot war donen mädchen in der taverne was ist denn geschehen ich habe gehört wie er einem rot war donen mädchen erzählt hat er wäre schiffskapitän und würde sie nach schildwacht mitnehmen sie ist natürlich dahin geschmolzen genau wie ich damals würde ich das oberhaupt nicht noch mehr hassen als ihm würde ich sein versteck verraten ich muss von dieser insel herunter man fremdgehen also auch noch ja gut ja kann jetzt bist du für mich gestorben ganz ehrlich das geht gar nicht fremdgehen ist so eine sache kann ich noch verraten ich hoffe mal guckt ihn euch an schade man kann nicht mehr verraten ist der rubin den ihr gestohlen habt augenblick mal das oberhaupt hatte ihn doch vorher schon gestohlen und ihr habt ihn mir zurückgebracht nicht wahr danke schatz schuldet mir etwas für eure befreiung und kapitän kalin braucht eure hilfe also wenn du so fragst klar wenn sie ein ding plant dann bin ich dabei alles was ich dafür will ist ein freifahrtschein von dieser insel herunter sobald wir damit durch sind ja kanz machete ok könnte eine interessante waffe sein auch wenn ich die gar nicht irgendwie benutzen will von dem aber okay es ist eine waffe die müssen wir wahrscheinlich benutzen wenn sie gut ist es ist ein naja ok die ist schlechter irgendwie ja ok die ist zwar schlechter aber angriffstempo erhöht die rüstungs und magie durchdringen boah die haben wir da draußen die ganze zeit rum ich hoffe das hört man nicht so krass in der aufnahme ich mache einfach mal fenster jetzt kurz zu weil man das die ganze zeit gehört hat so ich weiß nicht warum die da draußen rumhämmern das ist mir jetzt auch ehrlich gesagt egal aber ich glaube das sind diese komischen kinder da draußen der sieht doch mal cool aus level 4 alles klar das hat er sich geholt das hat er sich geholt guck nie hier habt ihr es getan habt ihr den goblinkönig getötet ja und hier ist die krone bei kühne ihr habt es geschafft ich habe schon damit gerechnet dass sie jeden augenblick die stadt angreifen bozek hat mich rausgeschmissen als ich versucht habe ihn zu warnen er meinte sogar er würde mich einen kopf kürzer machen wenn ich nicht das maul halte er wird nie erfahren dass ihr seine stadt für ihn gerettet habt ja das ist ganz schön traurig eigentlich komplett schlechter beinlinge wenn es nicht goblins sind ist es morgen etwas anderes ich schwöre diese stadt ist verflucht warum seid ihr nicht in der taverne sie haben mich rausgeschmissen sie hörten dass bozek mich bedroht hat und sie werden nicht riskieren dass seine fäuste rein stürmen um mich festzunehmen auch wieder wahr okay cool jetzt haben wir richtig viele quests gemacht und hier mal was neues bekommen schwere rüstung ne das können wir glaube ich verkaufen es sei denn wir können es analysieren aber analysieren bringt doch gar nichts naja vielleicht doch aber das ist halt nur schwere rüstung ach mal gucken wir gehen jetzt mal hin und gucken mal nach ob wir irgendwas damit machen können so das muss ja eigentlich schwere rüstung müsste ja hier beim schmied eigentlich sein das können wir echt machen aber metallbeinschutz ist halt wirklich metall und schwer nehmen wir ja sowieso nicht von daher können wir das auch eigentlich können wir das auch eigentlich verkaufen macht mehr sinn ach der uns ein geheimnis es geht mir auch auf die nerven wollt ihr ein geheimnis holen das könnten wir meinetwegen verdingsen analysieren aber die hier können wir verkaufen auch wenn es leider nicht viel bringt so ich habe eine keule und ein schwert so wie können wir nur eine sache analysieren deswegen und blutstein und eisenbarren herstellen können wir natürlich auch zu den eisenbieden hinter welcher natürlich auch verwerten nach leider nichts na gut na du blutstein und eisenbarren und natürlich das hier auch das hier auch ja ok cool seid gegrüßt scheint gegrüßt wie viel geld haben wir ja so langsam könnten wir bald mal wieder in die tragkraft erhöhen obwohl bankplatz wahrscheinlich noch viel wichtiger wäre hm mal gucken was haben wir jetzt Quests noch jetzt so vor uns oh noch eine das heißt wir könnten ein alter wir haben noch 5 Quests cool ach ja ein goldlager soll man ja noch herstellen stimmt ja verdammt noch mal auf der karte anzeigen geht nicht mal ah die kann ich aufgeben ok ja will ich aufgeben weil ich mach den eh nicht diese Quest außerdem kann man die einmal wieder annehmen wenn man will mir fehlt das Kämpfen ihr seht so aus als ob ihr einige Kämpfe erlebt habt betretet die Spinde tief nachher stimmt da war auch noch mal was wir gehen jetzt erstmal nochmal Quests annehmen und dann weil da ist noch eine Quest Lambur und dann gehen wir noch ein bisschen die Insel erkunden also hab ich ja schon gezeigt wo wir noch nicht waren da oben möchte ich gerne hin da möchte ich gerne noch hin und dann da oben falls das geht aber erstmal würde ich mir glaube ich einen Marker hier hin machen oder besser gesagt hier hin ja und dann da ein bisschen erkunden und dann sind wir auch fertig mit der Insel das ist ganz gut äh warum was ist los dank eurer Arbeit können wir mit dem Ding loslegen wir haben sogar ein paar zusätzliche Seeleute die lautstark fordern sich unserer Mannschaft anschließen zu dürfen ihr solltet oben mit dem Kapitän sprechen äh nein werde ich noch nicht tun das mache ich dann doch eher später ok ok alles klar warum nicht gut dann lasst uns mal erkunden gehen ich weiß Quests haben wir jetzt hier nicht mehr aber wir haben halt noch nicht alles gesehen und ich bin wirklich so ein Typ der möchte alles sehen von dem Spiel und die 1000 Parts möchte ich ehrlich gesagt auch knacken oh da war was das heißt nicht dass ich jetzt hier immer hin und her rennen werde extra um die 1000 Parts zu bekommen falls es nicht 1000 Parts werden was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube dann ist es halt so aber ich bin der festen Überzeugung dass es 1000 Parts werden hundertprozentig ich meine so viele Quests wie wir jetzt schon gemacht haben kann man das irgendwo sehen wie viele man schon abgeschlossen hat ne 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 schade wir haben sogar noch eine Quest für Stufe 12 das ist schon nicht schlecht nur dauert das ein bisschen bis wir die machen können deswegen sollten wir ein paar Gegner killen wow sogar ein Eisenkühl was das ist nice jedenfalls für fürs Verkaufen so müssen wir hier rein ne ne ach da hinten genau da war Eisen ich hab's genau gesehen so ich muss auch mal gucken wann ich wieder mein xxl Part raus haue ich glaub den nächsten werde ich den ich aufnehmen werde der wird dann heute abend sein irgendwie da werde ich dann mein xxl Part wieder draus machen ich glaub der letzte war Part 28 so ein xxl Part das heißt bald wir erstmal wieder Zeitverein und dann mal gucken was sich noch so ergibt in Deutschsturz sind wir auch fertig glaube ich ne also jedenfalls von den Quests her warte mal hatten wir nicht achso ne ok gut oh guck mal da ist sogar noch ein Ort die Säulen der singenden Sonne guckt's euch an hier wären wir wahrscheinlich gar nicht hingekommen wenn wir nicht erkundet hätten das hab ich schon von Weitem gesehen und da hinten auch da cool vielleicht gibt's ja auch nochmal ne Quest oh ok und kriegen wir XP dafür jawohl kriegen wir zwar nicht so viel aber immerhin der wollte sich an den Sack da oh cool klares Wasser das ist schick hier muss doch irgendwas sein außer Ahorn und ein Wolf und ein Rucksack hier muss doch irgendwas besonderes sein irgendwo ist hier bestimmt ne Kiste die ich jetzt grad nicht sehe Angeln stimmt das wollten wir auch machen was ein Vermögen hinter diesen Mauern diese Säule was diese Säule ist nicht nur ein Denkmal zu ihren Franta Hundings sie ist der Ort an den seine Ahnen ihre Schätze versteckt haben ah sag ich doch Hunding war der größte Held von Boseks Volk ich verstehe nicht warum er nie versucht hat das Ehrenmal aufzubrechen ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Mauerwerk aus und ich kann ja wohl schlecht die Leute fragen nicht wahr wenn Bosek mitbekommt was ich hier mache wird er sich alles selbst unter den Nagel reißen aber mal ehrlich wie schwer kann das schon sein man schlägt mit einer Hacke auf den Stein ein bis er bröckelt und schnappt sich dann das was darin versteckt ist ich bin mir sicher dass mich ein Vermögen hinter diesen Mauern erwartet oh die Folge wird jetzt wohl doch länger als ich dachte wo können wir denn hier was kaputt machen nirgendwo oder schade ich dachte jetzt hätte ich irgendwie so einen kleinen Schatz oder so ach kacke ist doch alles doof aber da muss doch was sein irgendwas muss da sein da waren gerade Pilze ich weiß auch noch eine Essenzruhle ja von denen aber echt viel zu viele ach man das gibt es doch gar nichts jetzt ist hier echt nichts wirklich das finde ich jetzt ein bisschen schade irgendwie oder kann ich hier rauf ne hm ok schade vielleicht kriegt man auch irgendwann eine Quest hier hin und dann kann man es vielleicht machen ich habe keine Ahnung einmal können wir noch kurz angeln dann ist der Part auch vorbei leider schon wieder aber wir haben vier geschafft in der Folge zwei Quests ja wir sind fast fertig das ist eigentlich schon ganz cool ein Doofisch und wir müssen noch zwei Orte entdecken die ich gerne sehen würde diese eine Insel und dann noch diese mit den Brücken verbunden diese Inseln da da gibt es bestimmt auch noch irgendwas wenn wir damit fertig sind dann sind wir wirklich mit der Insel auch fertig also dann gehen wir ähm zu Kapitän Kalin und dann bin ich echt gespannt wie es weiter geht Langflossen tun wow die Würmer helfen echt oh ich kann ja nicht mehr fischen da kann ich noch fischen oh ich wusste gar nicht dass dass irgendwann so ein Fischgrund auch leer sein kann mal wieder was Neues dazugelernt es sei denn ihr habt es mir schon in irgendeiner der Parts geschrieben weil ich nehme ja wieder wie gesagt immer sehr viel im Voraus auf na beißt noch was an na komm schon wieder ein Doofisch gut das war es jetzt aber wirklich dann mit dem Part wenn ich jetzt den Fisch eingeholt habe dann ist quasi der Part vorbei ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen und ich werde jetzt keine Geste am Ende machen aber dafür am Anfang wieder vom nächsten Part gut dann bis zum nächsten Part von Let's Play We Are The Squads Online Tezo haut rein Leute na schon wieder ein Doofisch und ciao